Ja Leute, mal Zeit. So, jetzt sind wir wieder auf der Hof Bergmann. Beim letzten Mal haben wir ja schon mal Stoff für die Püle gemacht. Jetzt werden wir schnell einmal was nachgucken, wie ich wollen. Ich werde nochmal ein bisschen... Gucken, ob ich da vielleicht nochmal ein bisschen andere Musik reinmache. Ok. Und hier auch. Dann sollen wir das mal fast kaufen. Jetzt lasse ich einfach mal schnell zum Shop. Einfach zum Shop fahren bitte. Und hier. Dann kann ich auch gleich mal beim Shop was anders gucken. Ja genau das wollte ich ja auch noch haben. Und eins. So einmal. Und? Ne? Ja. Ja. Und ab geht die falsche Fahrt zum Shop. Hopp. Dann wird er wohl noch aufhauen. So. Hast den tiefen locker hab ich noch mal gekauft. so wenig wie ich die Fässer gekauft habe sehe ich gerade einmal zweimal dreimal viermal und den Tiefen lockerer noch dann noch nicht und ab zurück zum Hof ach ja ich denke mal als nächstes werden wir uns dann Feld 4 kaufen noch wenn wir das nötig dazu haben so ich nehme die Hälfte da jetzt schon runter ist doch schon mal gut so und dann müssen wir noch die Muschration den Kühen geben bevor ich das wieder verjesse und so und und ja so und 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 Es läuft doch alles ganz gut. Das läuft doch alles gut. Nur nochmal wieder schnell auffüllen und dann wegstellen. Ein bisschen Ordnung müssen wir halten. Ich will immer sagen, das ist ganz wichtig. Ein bisschen Ordnung. Anhänger holen und in die Schwarz von den Kühlen geben. Moment mal. Äh, ist bei 72%, okay. 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 Und wenn wir das gemacht haben, sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Okay. 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 let's go. Okay. Okay. Okay, alles. Vielen Dank.